Hallo liebe Leute, Jenny hier und heute quatschen wir über Dinge, die deine Lehrer niemals gesagt haben. Ab dafür! Lerne nicht für die Schule, sonderte das Leben. Uh, dein Bandshirt sieht ja cool aus. Woher hast du denn das? IMP. Wer Spursack fliegt raus, außerdem ist eine 6 fällig. Ah, Amon Amon. Die Band kenne ich, die ist mega gut. Ach, wenn ich deine Bandshirts so sehe, wäre ich auch gerne wieder in der Schule, damit ich sowas anziehen kann. Sex, Sex, Sex. Wenn du Lust hast, kannst du gerne in der nächsten Musikstunde mal einer deiner Songs vorspielen. Vielleicht Black Metal, was so in die Richtung geht? Das könnte vielleicht auch was für die anderen sein. Ah, Slipknot sind super, bei denen war ich auch schon auf dem Konzert. Und, liebe Schüler, wohin fahrt ihr in Urlaub? Ich fahr nach Wacken! Hilfen Sie? Wie bitte? Was soll ich tun? Die schwarzen Fingernägel stehen dir aber gut, passen gut zu deinem Hautton und deinem restlichen Outfit. Und zu guter List. Oh, so eine Kutte ist mega stark. Ich glaube, da mach ich mir auch mal eine. Aber mal ganz im Ernst, es soll ja auch coole Lehrer geben. Habt ihr so einen bei euch auf der Schule? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und ich bin die Jenny und ich bin raus. Ciao! Wir haben mit einer Motivation. Wir haben wirklich einen在las. Wie respir